Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschelah und heute wieder für euch in Battlefesten.de Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition Und da habe ich mir wieder was Tolles besorgt Und zwar sind es diesmal zwei Sachen Nichts aus dem Black Market, Black Market war ich auch ordentlich dabei Ich habe wieder auf Wappenröcke geboten, mehrere hunderttausend Gold Habe aber leider keinen gewonnen Ich war auf Lothar, ne, dieser schwarze Wappenrock war drin Erst für 100k bis kurz vorm Auslaufen Und dann ging er halt extrem hoch, ne, man kennt es Am Schluss ziehen die Preise nochmal an Ich dachte mir, ich kriege den schwarzen Wappenrock für 100k Dann ist er halt für 500k oder so weggegangen auf Lothar Und da habe ich leider nur 450k War ein bisschen bitter Und ich glaube den anderen, was war denn das? Ich glaube der pinke Wappenrock, Violett, keine Ahnung was das für eine Farbe ist Da wollte ich nur drauf bieten Da war ich dann aber leider zu langsam Der ist dann für 800.000 weggegangen auf Blackmore Naja, aber wir haben uns aus einem normalen Auktionshaus jetzt was gekauft Hier habe ich mir einmal den Rattenstoffumhang gekauft Das ist auch ein Item, das aus dem Spiel entfernt wurde Man kann es halt noch kaufen, wenn man es über das Auktionshaus irgendwo findet Ich habe mir das für 85k gekauft Was sehr günstig ist Meistens habe ich es jetzt so für über 200k im Auktionshaus gesehen Ich habe das hier gesehen 85k sofort zugeschlagen Normalerweise versuche ich solche Sachen dann immer im Video zu kaufen Aber ich habe gesehen, okay, das ist ein recht günstiger Preis Unter 100k für ein Item, was rausgepatcht ist Sofort drauf Und ja, bin auf jeden Fall ganz froh Habe das Item weg, habe es auch schon gelernt Hier an der Stelle Und jetzt können wir es eigentlich verkaufen Machen wir das, den Frevel, den viele Leute sehen Dass ich ein Item, das nicht mehr im Spiel ist, rausverkaufe Aber ich will ja nur den Transmog haben Das haben wir gelernt 85k waren das jetzt Würde ich behaupten, war ein sehr guter Deal tatsächlich Ich beobachte die Items ja über mehrere Wochen oder Monate jetzt schon Wo, was, wie viel Wert ist Und da habe ich immer ein recht gutes Bild über verschiedene Server Wenn wir jetzt zum Beispiel hier gucken Auf Antonia sind jetzt nur drei Items drin Die ich noch kaufen Oder die mir noch einen Transmog bringen würde Alle, die natürlich aus dem Spiel entfernt sind Und dann geht es bei 300.000 bis zu einer Million Also da sind wir auf jeden Fall bei einiges an Gold Genau, dann habe ich mir noch ein anderes Item geholt Und zwar will ich euch jetzt mal zeigen Das ist auf dem russischen Server Ich wurde jetzt schon von Kollegen gefragt Was machst du auf dem russischen Server hin und her Von den Leuten, die ihr vom Battle.net habt Und da zum kleinen Bildungsauftrag Wenn ihr ein Item auf dem russischen Server holen wollt Wenn ich jetzt hier einloggen will Dann kommt sie versuchen auf einen anderssprachigen Rhyme zu spielen Geht nicht Also ich kann hier nicht einloggen Obwohl ich hier einen Schar habe Wenn ihr das machen wollt Dann müsst ihr euer komplettes Spiel auf Russisch umstellen Klingt blöd, ist aber tatsächlich so Also ihr könnt nicht auf einem russischen Server einloggen Wenn ihr euer Spiel nicht auf Russisch gestellt habt Und da möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das geht Wir müssen einmal jetzt hier komplett ausloggen Dann gehen wir hier oben rein Einmal unter die Einstellungen Gehen dann auf Spieleinstellungen Und dann müssen wir hier Ihr müsst aus WoW komplett ausloggen Sonst könnt ihr es nicht einstellen Quasi dieses russische Also wahrscheinlich steht da russisch Ich kann keine kyrillischen Zeichen lesen Und das müssen wir auf jeden Fall einstellen Und erst dann können wir einloggen Das komische ist Wenn ich auf den französischen, auf den englischen Rhyme gehe No problemo Wenn ich aber auf den russischen Rhyme gehe Dann muss ich es umstellen Ich vermute, dass es nicht an der Sprache liegt Sondern ich vermute, dass es an Einfach an den Zeichen liegt Dass auf diesem Server halt nur diese kyrillischen Zeichen gehen Ich müsste jetzt mal Obwohl wir haben ja keinen asiatischen Auf dem EU-Client I don't know Also auf jeden Fall daran wird es liegen Jetzt habe ich alles umgestellt Ich hoffe Ja, genau Ich müsste alles umgestellt haben Jetzt können wir wieder einloggen Und jetzt seht ihr hier unten Heißen die ganzen Sachen jetzt auch schon anders Und ich kann auf den Rhyme einloggen Es war übrigens auch ein ziemliches Drama herauszufinden Wie der Rhyme, wo ich das Item haben wollte Auf russisch heißt Also wie die Zeichen sind Da musste ich echt ein bisschen gucken Mit übersetzen Ein bisschen rumgegoogeln Ich war erst auf dem falschen Rhyme Hab auf dem falschen Rhyme nach dem Item geguckt Weil die Zeichen halt ähnlich aussahen Und bin dann irgendwann drauf gekommen Ah, Moment mal Das war Käse So, um welches Item handelt es sich Warum tue ich mir jetzt hier an Auf dem russischen Server rüber zu gehen Es geht um das Item Staubbringer Das ist ja eins von zwei Items Die mir über Ja, über meinen Add-on quasi noch fehlen Die man also noch aktuell im Game spielen kann Und das ist eine Waffe Die kann man über Angeln bekommen Und die hat eine extrem kleine Drop-Chance Wenn man in Nordend Im offenen Wasser oder in Poolen angelt Also in diesen Fischschwärmen Und die ist wirklich richtig, richtig klein Und die war hier seit einer Weile Also ihr seht hier Durchschnittlicher EU-Preis Sind 260.000 Und durch Also durchschnittlicher Mittelpreis Und durchschnittlicher EU-Preis Ist halt eine Million Gold Ja Also Da wisst ihr schon Was die Sache ist Es sind im Moment Auf allen Servern Komplett die EU Im Moment sind viele drin Eins, zwei Ja gut Es sind Sechs Stück Ja genau Und das günstigste ist für eine Million Und hier ist halt Cap 800.000 5 Millionen Und so Also da wisst ihr was Was los ist Also eine Million ist das günstigste Und ich hab mir das hier auf diesem russischen Server geschossen Für einen wesentlich günstigeren Betrag Und ich hab leider Ich hab über mehrere Monate jetzt versucht Jemanden zu finden Der mir Gold hier rüber handelt Hat nicht funktioniert Jetzt hab ich mir einfach eine WoW-Marke gekauft Und hab das Ding hier bekommen Für 133.000 Gold 133.000 ist zwar auch schon viel Gold Für ein Transmog-Item Aber wenn ihr überlegt Wie scheiße selten das ist Und dass auf den ganzen anderen Reams Bei einer Million das losgeht Ist halt im Verhältnis 133k Relativ gut Jetzt hab ich das erste Mal In meinem Leben eine WoW-Marke gekauft Weil das die einzige Chance war Auf dem Server hier Gold zu kriegen Kann mir quasi den Dolch hier lernen Und ja das ist der Staubbringer Es steht halt alles in Ähm In Russisch dran Außer das Add-on ne Äh Äh Can we catched in Schurus Äh Open Water In Nordend Genau Also das ist das Richtige Das lernen wir jetzt einmal Und dann können wir jetzt Unser Game wieder auf Deutsch umstellen Äh Dass wir hier nicht mit dem Kirillischen Zeichen weiterleben müssen Genau Das hab ich jetzt schon länger Forciert gehabt Ich dachte mir Ich find vielleicht noch jemand Der mehr Gold rüber tradet Hat leider nicht funktioniert Aber gut Hab ich jetzt halt mal 20 Euro für eine WoW-Marke ausgegeben Das ist auch in Ordnung Ne Jetzt fehlt mir nur noch Ein Item Und zwar Moment Jetzt machen wir das mal auf Halt Das war das Falsche Wo haben wir es Ähm Shiftungen Der verlorenen Zeitalter Das ist jetzt dann das letzte Item Noch was mir Laut All the things Fehlt Schon mal aktueller Preis Alles klar 6,5 Millionen Das ist ein Item Das in Ähm Das in Uldaman Dropped Random Drop Aber halt zu einer Lachhaft niedrigen Dropshow So wie ihr seht Komplett EU weit Gibt es insgesamt Vier Stück Im kompletten Auktionshaus Auf allen EU Reams zusammen Gibt es vier Stück Und da haben wir hier 2,5 Millionen 2,3 1,7 Und das günstigste ist bei 975 9 Millionen Ne 975 40.000 Doch waren wir schon richtig Und ja Das ist natürlich Sehr 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 teuer Und da muss ich mir mal gucken Ob ich das nochmal irgendwo günstig schießen kann Das ist jetzt wie gesagt Das letzte Item Ähm Ausgenommen Die Sachen die rausgepatcht sind Oder die im Black Market Auktionshaus sind Ne Die im Black Market Auktionshaus Da gibt es ja noch T3 Teile die ich haben will Oder die Wappenröcke Beziehungsweise 1,2 Hemden gibt es noch Dann gibt es einige Items Im normalen Auktionshaus Die halt rausgepatcht sind Die ich ja euch Ja vorhin auch schon gezeigt hatte Jetzt können wir mal gucken Ob hier auch was drin ist Wahrscheinlich nicht Ne ist nichts drin Ähm Ja Und diese Diese Schiftungen Der vergessenen Oder verlorenen Zeitalter Wie das Ding auch immer heißt Verlorenen Zeitalter Genau Das ist das letzte Was ich theoretisch auch selber Farmen könnte Aber Da brauchst du nicht anfangen Ne Da brauchst du nicht anfangen Das zu farmen Da hoffe ich mal Dass ich es mir irgendwann Für ein paar 100k irgendwo mal kaufen kann Und ja Gut Damit wären wir jetzt tatsächlich durch Mit dem kleinen Video Ich habe jetzt hier noch 57k Da werde ich mir jetzt noch Irgendwelche 2 Transmox kaufen Ähm Das werden aber lauter Kleinbeträge sein Und Warte Was haben wir hier zum Beispiel Waffen Muss ich mal gucken Da sind ja bestimmt noch irgendwo Hier zum Beispiel Nice Für ein Silber Transmog Ui Das wäre sonst 5000 Gold wert Wer hat einen Silber gekauft Perfekt Da haben wir jetzt gut was gemacht Solche Sachen werde ich mir jetzt kaufen Aber Das wird echt eine Weile dauern Und das packen wir jetzt nicht mehr ins Video mit rein Das ist denke ich mir jetzt nicht so interessant für euch Die werde ich jetzt noch ausgeben Und ja Dann Sehen wir uns demnächst wieder Wenn ich wieder irgendwas tolles Aus dem Black Market Oder aus dem normalen Auktionshaus Raus ziehe Mich hat es gefreut Dass ihr dabei wart Und ja Wenn ihr wollt Sehen wir uns das nächste Mal wieder Euer Tila Bis dann Ciao